Ich glaube, Frauen können einfach alles. Nur weil sie es können, heißt es nicht, dass sie sollten. Aber ich habe so viele Talente. Wer bist du? Nur ein Lockvogel, du hängst. Wer stiehlt humanitäre Spendengelder? Ausgezeichnet, Engel. Ihr habt eine neue Klientin. Wer ist sie? Ich kann nachts nicht schlafen. Ich bin leitende Programmiererin eines Projekts, das die Energiewirtschaft revolutionieren kann. Aber es besteht die Möglichkeit, daraus eine Waffe zu machen. Elena, wir müssen raus. Sofort! Sie sind keine Kellnerin? Nein, ich bin Jane. Wer sind Sie? Ich bin Bosley. Willkommen bei der Townsend Agency. Wir existieren, weil die traditionelle Strafverfolgung nicht mehr mithält. Ihr seid also Lady Spione? Jane war beim MI6. Was hast du mit Sven getan? Ich habe Manuel die Sauerstoffzufuhr zu seinem Gehirn unterbrochen. Das klingt furchtbar schmerzhaft. Mach dir keine Sorgen. Er wacht wieder auf. Oder auch nicht. Sabina arbeitet direkt am Mann. Siehst du, ich habe es drauf. Schnappen wir uns die Waffe, bevor es das Lieblingsspielzeug aller Schurken wird. Bringt sie zum Schrank, stattet sie mit allem aus. Wir brauchen Perücken. Spielzeuge. Frech. Outfits. Ah, ihr seid noch im ersten Schrank. Es gibt noch einen Schrank. Oh mein Gott. Oh, Pfefferminz. Hör auf, alles anzufassen. Manches davon explodiert. Ich liebe Phosphor. Das ist meine Lieblingschemikalie. Im Ernst? Jane flirtest du gerade mit dem hübschen Mard? Äh, natürlich nicht. Und, wie war das für dich? Es sah nämlich aus, als war es richtig gut. War nett? Los geht's! Wie in den Ticketverlust. Don't call me angel. Guten Morgen, meine Engel. Guten Morgen, Charlie. I don't know you 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 don't know.